Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Endergames. Ja, es gab lange, lange, lange kein Endergames-Video mehr. Und ja, heute ist es wieder soweit. Es gibt ein fettes Endergames-Update. Zum einen gibt es zwei neue Kids. Einmal Lohe, einmal Voodoo. Und ich denke, wir machen damit dann eventuell demnächst die Endergames-Kids-Serie weiter. Ja, ich meine, es gibt zwei neue Kids, die muss man sich ja angucken. Heute können wir uns die auch schon mal grob angucken, theoretisch. Also bei Lohe, die Lohe kann hinter sich eine Feuerspur ziehen und ist immun gegen Schaden durch Feuerzeuge. Im Wasser hat sie jedoch den Effekt Schwäche 1. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% kann sie gegnerische Spieler durch Schläge mit einem Schwert anzünden. Klingt eigentlich ganz cool erstmal. Vielleicht nehmen wir das als erstes mit direkt, wo man hat ein Goldschwert und einen Lohnstaub. Und wir haben Voodoo. Trifft man einen Gegner mit einem Bogenschuss, so heilt man sich um 0,5 Herzen, schwächt man den Gegner auf 25% dessen Leben, so erhält man für 60 Sekunden zwei Absorptionsherzen. Ist das richtig so geschrieben? Auf jeden Fall erhält man dann zwei Absorptionsherzen für 60 Sekunden. Die Herzen der Gegner werden weiterhin schwarz angezeigt, wenn sich diese in einem Radius von 10 Blöcke befinden. Nach dem eigenen Tod lässt man keine Items fallen. Oh krass, wenn ich sterbe, dann kriegt der Gegner meinen Loot nicht mal. Lederstiefel sowie einen Bogen und 10 Pfeile hat man als Ausrüstung. Und ich würde sagen, wir testen die Kids einfach mal. Ich habe noch nicht ganz gecheckt, wie ich das mit der Feuerspur mache, aber das sehen wir ja jetzt gleich, ob ich die Lohe dafür in der Hand, den Lohnstaub in der Hand halten muss oder was auch immer. Also man hat auch einen neuen Spawn, wie man hier sieht, ja. Das meine allererste Runde Endergames ist auch seit diesem Update. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Der Spawn ist anscheinend anders. Kids wurden teilweise auch angepasst. Das Deathmatch wurde geändert. Was da geändert wurde, kann ich euch aber leider nicht sagen. Ja, das habe ich mir noch nicht durchgelesen. Wenn ich daran denke, kann ich euch mal in die Beschreibung packen, wo das alles steht beim GOMMA-Forum. Alter, man hat auch unter sich jetzt Kisten. Ist ja heftig hier. Okay, ne, ich gehe lieber. Genau, das habe ich mir nicht durchgelesen, weil ich spiele eh nie, ähm, Dingens, wie heißt es, bis zum Deathmatch. Ich hatte noch nie einen Deathmatch in Endergames, deswegen habe ich mir das erstmal nicht angeguckt. Also, wie gesagt, Kids wurden dann sonst noch angepasst. Ich glaube, der Loot von Kisten wurde auch geändert. Ich glaube, man kann jetzt sogar Holz in Kisten finden. Das habe ich mir aber auch nicht ganz durchgelesen. So, 95% Energie. Was heißt das bei dem Kit nochmal? Heißt das, jetzt kann ich Feuer hinter mir herziehen? So. Ah! Ah, okay. Ist das automatisch, wenn ich das in der Hand halte? Ne, mit Rechtsblick dann. Wenn ich jetzt Rechtsblick drücke? Oder auch nicht? Hallo? Wieso funktioniert das jetzt nicht mehr? Ah, jetzt geht's wieder. Okay, jetzt geht's wieder. Ähm, cool. Dann kann ich auf jeden Fall Feuer hinter mir herziehen. Und ich habe schon die Runde ein bisschen verkackt, um ehrlich zu sein. Ich habe 10 Dias, aber ich habe absolut kein Holz. Ich muss hier ganz schnell hin. Ich brauche unbedingt ein Holz, Mann. Bitte. Wieso ist meine Energie jetzt wieder so niedrig? Habe ich die ganze Zeit noch Feuer? Oh. Ups, ich wollte das eigentlich nicht mehr. Ich wollte kein Feuer mehr hinter mir herziehen. Mach ich das immer noch? Mach das aus, Junge. Okay, ich glaube, ich musste noch... Ach, nee. Aber warte, wir haben da einen Wasser einmal. Da habe ich zwar Schwäche drin, aber damit kann ich wenigstens jetzt hier hochschwimmen. Alter, das ist auf jeden Fall der schlechteste Start der Welt. Also vom Loot her nicht, aber wie ich mich gerade anstelle, ist halt mega schlecht. Was ist denn da los? Und da vorne ist auch direkt schon ein Gegner. Junge, und das Holz ist einfach die Schlucht runtergefallen. Das kann mir doch jetzt keiner erzählen. Mann, Alter. Okay, jetzt aber ganz schnell hier, Freunde. Ganz schnell so. Crafting Table. Dann würde ich sagen, zack, schon mal das. Und dann würde ich sagen, machen wir uns direkt auch ein Dia... Alter, wie will ich denn gerade ein Schwert craften? So machen wir uns ganz schnell auch ein Dia-Schwert. So. Und dann haben wir wenigstens schon mal Stuff, der ja mehr oder weniger okay ist, würde ich sagen. Und ich gehe direkt einen Gegner suchen. Oh, da vorne ist sogar jemand. So, Crafting Table mitnehmen. Da vorne sind zwei Leute. Ich würde sagen, wir gehen hier mal instant hin, Freunde. Und gehen erst hier auf den Bow Spammer. Oh, die teamen, glaube ich, der Bow Spammer und der hier. So. Der kommt weg, aber... Oh, ich habe den... Oh, Triple Kill, Leute. Es liegt alles an dem heftigen Kit. Spaß. Aber das Kit ist ehrlich ganz nice. Also, ich weiß nicht. Ich feiere das, glaube ich. Oh, nein. Jetzt wurde ich auch noch weggeportet, bevor ich den Stuff verbrennen konnte. Aber egal. Wir haben zehn Eisen. Ich würde sagen, wir machen... Ich mache mir mal einen Helm, oder? Nur, das soll eigentlich ganz gut passen, so. Und ich glaube, ich habe hier vorne auch noch einen Gegner gesehen gerade. Wir gucken mal, wie weit ist der... 32 Blöcke, komm. Da gehen wir mal direkt hin. So, in letzter Zeit spiele ich sowieso ganz gerne auch Endergames. Das ist ganz cool, dass das Update jetzt hier kam. Also, auf Twitch in meinen Livestreams spiele ich ab und zu öfter mal ein paar Runden. Endergames werde ich von hinten noch angegriffen. Oder was da ist gerade? Oh, das war auch dumm, im Wasser zu fighten, wird mir gerade klar. Weil ich habe ja Schwäche im Wasser. Habe ich irgendwie gerade gar nicht dran gedacht. Aber hat ja zum Glück keinen negativen Effekt gehabt. Da vorne geht einfach ordentlich was mit TNT. Ist irgendwas cooles bei? Ach, verdammt, ich brauche die Dias eigentlich wenigstens so. Okay, und ich wurde direkt weggeportet danach auch. Wäre natürlich mega nice, wenn wir direkt eine Runde gewinnen könnten mit dem Kit hier, Freunde. Und bis jetzt sieht es halt echt auch ganz gut aus, ne? Vor allem mit dem Loot auch und allem. Deswegen drückt mir die Daumen, Freunde. Ah ja, und nebenbei, ja, bevor ich das vergesse, falls ihr auch hyped auf das Update seid, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Das musste ich jetzt unbedingt mit einbauen. Tut mir leid, Freunde. So, hier vorne 38 Blöcke. Ich sehe den Typ noch nicht. Wo ist er? Ich bin echt gespannt, ob Endergames jetzt wieder so einen Mini-Hype bekommen könnte. Ob das jetzt... Warum haben alle dieses Bogen-Kit, Alter? Was ist denn los hier? Verstehe ich nicht so ganz. Aber gut. Ähm, äh... Lass mich irgendwie notfalls pörlich an ihn ran. Ähm, komm schon. Der hat doch sogar... Du hast guten Dias-Stuff. Komm. So, komm schon. Kit, zünde ihn an. Kit, bitte. Der muss brennen, der Typ. Bitte, 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 bitte. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Aber anscheinend nicht ultra hoch, weil irgendwie brennt der nicht. Oder nehme ich das falsche Schwert dafür. Das weiß ich gerade nicht. Oh, Dias-Helm ist mit am Start. Und da ich, glaube ich, gleich geportet werde... Wo ist mein Feuerzeug? Da verbrenne ich einfach ganz schnell den Stuff hier. Auch wenn da noch Heiltränke sind und so. Ähm, ich habe Angst, Leute. Ich möchte nicht, dass jemand anderes das hier kriegt. Mein Feuerzeug ist kaputt gegangen. Gib mir ein neues Feuerzeug. Okay, so. Bam. Oh, hier vorne liegt ja auch noch Loot rum. Oh mein Gott. Oh, Poison und alles ist hier, glaube ich. Das muss ich mitnehmen. Ne, Sloan ist das sogar. Ich habe einfach... Junge, ich habe... Bitte was? Ich habe 60 Gold, Leute. Oh mein Gott. So. Zack. Ich habe einfach sieben Goldäpfel jetzt. Ich bin Full-Dia. Ich habe sieben Goldäpfel. Es sind noch zwei andere Spieler. Meine Loot musste ich bis jetzt gar nicht verwenden. Ich denke, die ist aber ganz gut, wenn man wegrennen möchte. Und ja, wenn es jetzt so weitergeht, dann gewinnen wir wirklich direkt die erste Runde. Ich würde sagen, in der nächsten Runde gucken wir uns dann das zweite neue Kit an. Und dann mache ich einfach zu beiden jeweils nochmal einzeln ein Video ergänzend zur Kit-Serie. Ähm, ja, wo wir uns die Kits einfach nochmal ein bisschen genauer angucken. Und ich versuche mit den Kits einen Sieg zu holen. Wobei wir ja eventuell jetzt schon einen Win direkt holen hier. Yo, Alter, hast du mich erschrocken. Auf einmal hast du dann einen Gegner einfach, Leute. Ah, kein Bock auf seinen Bogen. Moin. Alles klar bei dir? So, zack. Ähm, ah, das gefällt mir jetzt nicht, Leute. Ganz kurz hier. Oh Gott, das ist der falsche Trank. Egal, den trinke ich trotzdem mal ganz kurz. Auch gut. Äh, dann nochmal einen Gold-Apfel-Snacken, wenn wir schon dabei sind. Ist der Gegner noch hier? Oh, moin, Alter. Ich glaube, der hat mich nicht mal gesehen. Ich glaube, der ist da zufällig hingesprungen. Weil der ist ja erst von mir weggerannt noch. Den müssten wir eigentlich kriegen. Perfekt. Ein anderer Spieler noch, Leute. Wie gesagt, ich verbrenne jetzt direkt wieder alles hier. Ähm, auch wenn da vielleicht noch was Gutes dabei war. Oh, das Deathmatch kommt sogar eher jetzt. Lol. Es ist einfach in 23 Sekunden schon das Deathmatch. Wie früh ist das denn bitte? Ist aber eventuell ganz cool. Ja, dann gehen die Endergames-Runden auch nicht mehr ganz so lange. Aber schon ein bisschen früh. Weil irgendwie sind wir gefühlt gerade erst in der Runde. Und schon beginnt das Deathmatch. Ich muss den Typen dann ja auch gar nicht mehr suchen. Wobei, der ist 58 Blöcke entfernt. Aber ja, da komme ich nicht mehr rechtzeitig hin. Ähm, jetzt, ach, wir wurden getauscht noch. Okay, geht jetzt das Deathmatch los? Ich würde ganz gerne... Ach so. Ach so, jetzt wird nur... Ah, wir werden gar nicht in die Deathmatch-Arena geportet, glaube ich. Sondern, okay, in sieben Minuten ist jetzt Spielende. Und jetzt gerade werden einfach erstmal, ähm, kommen die Borders näher. So, das heißt, der Rand kommt näher, Freunde, von der Map. Das finde ich aber ganz cool. Der Typ ist 41 Blöcke weg. Das heißt, ich werde jetzt nicht mehr entspannt entscharten. Sondern ich laufe jetzt einfach direkt zu ihm durch. Und hoff nicht den Sieg. Let's go, Leute. Drückt mir die Daumen. Ich sehe ihn absolut nicht. Gar keine Ahnung, wo er ist. Aber eigentlich muss der hier gleich... Warte, 12 Blöcke? Ah, hier unten. Ach, der hat ja gar nichts. Ja, moin, Alter. Alles klar bei dir? Ähm, hast du Bock? Eben schnell... Oh, nein. Gift. Warte mal. Zack. Kam das an. Oh, äh, hab ich Milch? Ja, ich hab sogar Milch. Okay, nee, er ist sogar noch gestorben. GG, Leute. Direkt eine Runde gewonnen hier. Erste Runde Endergames seit dem Update. Direkt den Win geholt. Finde ich ganz cool. Ich mag das Kid auch mega. Also, Loa ist ein echt geiles Kid. Okay, Voodoo wird jetzt nicht so ganz mein Kid sein, glaube ich. Weil ich muss auf jeden Fall den Bogen benutzen. So, weil davon heal ich mich. Oh, da ist sogar ein anderer Spawn jetzt, Leute. Das ist interessant, weil es gibt wohl mehrere Spawns. Okay, direkt die Dias bekommen. Wieso habe ich die Schuhe nicht an? What? Aber ich habe damit Speed oder habe ich Speed von einem Typen mitbekommen? Ich bin verwirrt. Wieso habe ich Speed Buff? Jetzt ist der Speed Buff auch wieder weg. Oder habe ich den immer noch? Nee. Irgendwie hätte ich die Schuhe auch erst nicht an. Obwohl die ja zum Kid dazugehören. Ähm, auf jeden Fall Voodoo. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir jetzt alles gemerkt habe. Wenn ich jemanden mit einem Bogen treffe, heile ich mich um ein halbes Herz. Und wenn der Gegner, glaube ich, nur noch, ähm, ich weiß gar nicht, ob es 20% Leben waren oder sowas, dann kriege ich auf jeden Fall zwei extra Herzen. Ah, das heißt, wir müssen jetzt gerade am Anfang ein bisschen mit dem Bogen spielen. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, das Kid ist aber auch relativ stark. Nur ist das Problem, dass jetzt wahrscheinlich wieder öfter Leute mit dem Bogen dann hier spielen werden, weil es ist ja auch nur smart, ne, jetzt hier den Bogen zu nutzen. Aber ich laufe mal dem Logo-Skin hier vorne hinterher. Ähm, der hat nämlich noch gar nichts. So, vielleicht hat er irgendwas Cooles für mich, was, äh, also vielleicht hat er im Inventar irgendwas Nices. Ähm, ich glaube, der sieht mich auch noch nicht, um ehrlich zu sein. Schutzzeit ist auch gerade immer noch. Ähm, oh Gott, jetzt hat er mich gesehen. Toll. Fünf Sekunden Schutzzeit noch. Ich laufe ihm weiter hinterher. Gucken, was er jetzt macht. Oh, ne, der ist auf dem Baum. Ah, Hilfe, Hilfe. Warte mal. Zack, schon mal einen Schuss. Dann ist er da runtergefallen. Jetzt muss ich irgendwie... Ach, komm, machen wir mal so hier. Auch wenn er mich da gut hitten kann. Moin! So, dann testen wir das mal. Yo, das ist geil. Achtet auf meine Herzen. Bam, halbes Herz gehealt. Finde ich ganz nice. Ich finde es auch geil, dass die Gegner nichts von meinem Loot kriegen, wenn ich sterben sollte. So, das ist dann einfach noch so... Wenn mich irgendjemand wegsnackt oder so, dann kann ich mir immer noch denken so... Haha, du hast keinen Loot bekommen. Immerhin etwas... Oh Gott. Da muss ich leider ein bisschen Bauspern kurz. Zack, wir sind auf jeden Fall wieder full. Bam, haben wir auch bekommen. Nice, Alter. Let's go. Dann haben wir nämlich schon mal... Ach, die hat es gar nicht so krass guten Stuff, ne? Nur ein besseres Schwert und alles. Und essen das... Nein! 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 Komm, ich muss mich healen. Ender... Hm... Der hatte noch ein Herz. Das war das... Ah, er hatte das Link-Kit. Okay, eine Runde mache ich noch mit dem Kit. Aber wie gesagt, in der Ender-Games-Kit-Serie gucken wir uns das dann nochmal genauer an. Eigentlich hatte ich auch erst überlegt, ob ich jetzt heute nicht die neuen Kits zeige, aber das wäre ja blöd, ja. Weil ich meine, das Größte von dem Update bis jetzt sind für mich zumindest, ähm, ja, die beiden Kits und vielleicht auch das, äh, mit dem Deathmatch jetzt. Und da muss ich die Kits euch ja auch zeigen, so. Ich kann euch nicht sagen, so, jo Leute, neues, fettes Update. Hier sind die Kits, das machen die. Aber die testen wir heute nicht. Das wäre ja dumm. So, jetzt haben wir hier noch ein... Oh mein Gott, Alter. Jetzt haben wir noch einen anderen Spawn hier. Es gibt wohl sieben verschiedene, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und am Anfang ist immer random, ähm, welchen Spawn man bekommt. Die sind hinter uns einfach auch noch Kisten. Jetzt ist die Frage, gehe ich in die Mitte und dann nach hinten? Oder gehe ich direkt nach hinten? Die wollen alle nach hinten. Ich gehe auf jeden Fall in die Mitte, würde ich sagen. Werde ich jetzt nochmal geportet vorher? Hoffentlich nicht. Und... Okay, ich gehe auf jeden Fall hier hin. Zack, vier Eisen, okay. Und dann gönne ich mir noch... Ah, die Chests hier. Verdammt, die war schon leer. Und die Schuhe habe ich wirklich nicht an. Warte, was, wenn ich die jetzt anziehen? Kriege ich dann Speed? Okay, schade. Ich hatte vielleicht gehofft, dass ich deswegen vorhin Speed hatte, weil ich die Schuhe angezogen habe und das irgendwie zum Kid gehört, aber anscheinend nicht. Ich fand das Timing einfach auch mega geil, weil die Sky Wars Kid-Serie ist ja jetzt gerade so zu Ende gegangen. Und jetzt kommen direkt neue... Ah, da kann ich bitte hier hoch. Jetzt kommen direkt neue Ender-Games-Kids. Also besseres Timing gibt es einfach nicht, Leute. Vor allem finde ich, bei Ender-Games ist es immer noch cooler, wenn Kids rauskommen. Ähm, ne, jetzt nochmal abschließend nämlich auch zur Sky Wars Kid-Serie. Kleines... Oh mein Gott. Hä, warum... Hä? Ach, der... Nein! Der Drolf, der... Oh nein! Warte, Jäger? Der hat sich aber einen Hund gezähmt auf jeden Fall. Deswegen wurde ich von hinten noch angegriffen und zu ihm gekickt. Ich wollte eigentlich ein bisschen zurückrennen, ihn kiten und dann mit dem Bogen schießen, aber hat nicht so gut geklappt. Aber auf jeden Fall abschließend nochmal zur Sky Wars und Ender-Games-Kids-Serie kann ich nämlich sagen, dass ich die Ender-Games-Kids tausendmal geiler finde als die Sky Wars-Kids, weil bei Sky Wars kriegt man ja immer nur andere Ausrüstung und bei Ender-Games kriegt man halt richtig coole Fähigkeiten, wie hier jetzt, dass ich mich um ein halbes Herz heile, wenn ich immer mit dem Bogen treffe. So, das finde ich halt mega nice. So, bei Ender-Games sind die Kids irgendwie alle viel verschiedener und man, äh... Ja, was dann auch irgendwie den Spielstil richtig schön verändert. Aber gut, ich würde sagen, Freunde, danke fürs Zusehen. Ich denke, nächste Woche machen wir dann direkt auch mal die Ender-Games-Kids-Serie weiter, falls ich es nicht vergesse. Das wäre ein bisschen dumm, wenn ich das tue. Aber genau. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was euer Highlight von dem, ähm... Hier, Ender-Games-Update ist, weil ein paar Kids wurden ja auch angepasst. Vielleicht wurden ein paar zu starke Kids irgendwie schwächer gemacht oder so. Ich hoffe, das Slime-Kid wohl nicht verändert, weil das ist momentan eins meiner Favorite-Kids. Aber gut, ähm, genau. Ich habe mir nämlich auch nicht alles dazu durchgelesen. Und ja, ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns morgen um 16 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao.